Und willkommen zurück meine Freunde des Internets, da ist wieder Monkey King LP, wieder mal hier und zwar mit einem etwas anderen Video Und zwar werden wir uns heute ein bisschen Twine Peaks angucken Twine Peaks, ähä Und auf jeden Fall werden wir hier mal durchgehen und zwar Ja, ich zeig's euch einfach wie's ist Wir haben heute wieder was hier lustiges entdeckt Und zwar, ihr seht doch dieses schöne Schild hier Äh, äh, das hat uns immer irgendwie blockiert, aber Peekaboo Und jetzt, ja, also wie Kurzfassung Wir haben diesen Glitch jetzt, wir, äh, der Glitch ist schon bekannt an sich Wir haben ihn jetzt ein bisschen ausgenutzt Und wir werden jetzt gemeinsam mit Paul und meiner Frau Hier Twine Peaks ein bisschen aufdecken Und zwar werde ich mich noch kurz mit ihnen verbinden Hela So, gucken wir nochmal, wo waren wir das? Ach ja, die erste Gegend, die wir uns jetzt hier nochmal angucken Du wolltest zu mir kommen Ich wollte zu dir Wo seid ihr? Oh mein Gott Damit ihr das versteht Hier seht ihr mal eine Lavagegend Eine wunderhübsche Lavagegend Mit Meteoren und Steinen Und einem Verstärker, den wir hier sehen Und was ich sehr komisch finde Es gibt hier einen Strand Meine Frau lacht Warum lacht meine Frau? Nein Doch, tust du, ich hab's gehört Und sie schafft's auch echt jetzt Gut, was wir hier, was mir vorher hier passiert ist Erstens Sie kichern schon Hier gibt's nochmal den schönen Strand Ich bin gleich bei euch, ihr zwei Kindsköpfe Ja Und ihr seht hier das Meer Und was erstes, was wir alle getestet gehabt haben Wie weit kommen wir raus? Vorige Story war Oh Gott, ich glaub ich weiß, was sie tun Oh Gott Oh Gott, ich weiß, was sie tun Leute, wir werden gleich was Lustiges sehen Ich weiß es Ich weiß ganz genau, was sie tun Der Herr reiß ich seinen Baum jetzt ein So Und zwar haben wir versucht gehabt Zu schauen, wie weit wir nach draußen kommen Ins Meer Paul ist bis ans Ende gekommen Und ich bin gestorben Deswegen seht ihr unten auch keine Waffen ausgerüstet Und meine Frau hat es anscheinend auch geschafft Guckt euch das an Guckt euch das an Sie stehen da ganz frech beide So, jetzt heile ich mich mal Okay, Leute Wir schaffen das Wir schaffen das auch Seid ihr gelaufen oder was? Leute, der Affe lernen schwimmen Ja Und jetzt mal ernsthaft Warte, ich rüßt kurz nur mein Schafsschützengewehr aus Guckt euch die Zweiter an Guckt euch die Zweiter an Ich wusste es Der da Und die da Wie sie da stehen und reitepony machen Das Tolle ist Ich kann unter das Wasser schauen Das Lustige ist, hinter euch geht gerade der Mond aus Das schaut noch Schaut richtig im Mondschein aus Okay, ich schaffe das Ich kann das Ich bin toll Ich bin der Beste Ich bin der Affenkönig Ich schaffe das Wir glauben an dich Oh, oh, oh Jesus Nein Komm her Komm her, du Oh, naja, warte einen Moment Hey, wir sind noch nicht fertig Reitepony Reitepony, guys Come on There you go Schatz, please Come on Reitepony There you go There you go Perfect Perfect in line Perfect In den Sonnenuntergang Yes Den Bug haben sie leider rausgenommen mit dem Auto Oder warte, haben sie ihn rausgenommen Nein, haben sie ihn rausgenommen Was? Oh mein Gott Ähm Ähm What? Okay Okay, warte Ich habe meine Waffen Nicht aus Schatz, du deine Waffen Bitte weglegen Also ablegen Ich habe meine Waffen auch noch Dann werden sie Dann werden sie nicht Und ich fall durch Oh mein Gott Nein, du fällst eben nicht durch Du musst schnell weitergehen Oh, okay Wie weit gehen wir? Wie weit können wir gehen? Das ist nicht Okay, ich habe Oh mein Gott Da kann unsere Map gucken Zu den Berg Zu den Berg, Leute Ich habe so Angst Da ist ein Berg Kommi, du musst zu uns kommen Ich, ähm Ich, ähm Irgendwie Die Insel ist weg Oh Oh mein Gott Die Palmen ploppen auf Guck dir das an Plopp, plopp, plopp Ich will zu dieser anderen Insel kommen Komm an Komm an Wir schaffen das Paul Frau Wir gehen Drück mal die M Mach mal die Map auf Oh mein Gott Wir sind so Wir schaffen das Zusammen gehen wir For even Further beyond Ich hoffe Ich hoffe Die ganze Zeit Dass ich runterfall Ich will den Weg Nicht zurücklaufen Ja, ich auch Oh, da ist Wasser Jetzt plötzlich bei mir Oh, ja Okay Okay Laufen wir jetzt Auf der anderen Seite Wieder raus Ich weiß es Okay Ich habe Angst Leute Ich habe offiziell Angst Okay Ich bin Oh, ich bleib unterwaschen Ja, ich auch Go, go, go Zum Berg Wir laufen jetzt rüber nach Plankerton Das ist, was muss Plankerton Oh mein Gott, das ist so furchtbar Wo kommen wir hin? Ich habe so Angst Seid ihr noch hinter mir? Ja Ich sehe dich Ich möchte nicht alleine sterben Paul Keine Sorge Hier, nimm eine Drohne Sie weiß uns den Weg Wir haben es fast geschafft Wir sind gleich bei dem Berg Wir sind fast bei dem Berg Oh mein Gott Oh, das war jetzt so eine geile Wir können ja dann raus Joinen Ist ja kein Problem Okay, zum Berg Ich will wissen, was auf dem Berg ist Echt, Leute Halt, stopp Schockt das Arsenal weiter auf Können wir bauen? Nein, wir können nicht bauen Nein, aber siehst du, auf welcher Ebene wir sind Wir sind auf einer halben Ebene Ja Deswegen können wir auch nicht bauen Eben, weil ich glaube, der Held Ja, ich sehe es gerade Wie dumm Boah, weißt du, was wir machen hätten müssen? Was denn? Wir hätten einen Weg rüber bauen müssen Oh mein Gott, dein Limit wäre ja kaputt Nein, man kann nichts mit dem machen Was ist das? Ich bin im Berg Ich auch Nein, ich habe mir gedacht, sie Secrets oder sowas Das sind lauter Berge Nämlich, guck dir das an Ich laufe mal zu dem anderen Kleinen Berg darüber Komi kommt wieder Komm an, Komi Oh, jetzt kriegst du mich schon mal nicht Ja, ja, nee, jetzt ist der Lagwader Komm entschuldigt Halt mich, Komi Ich laufe ins Nichts Ja, wir laufen alle gerade ins Nichts Okay, da können wir auch noch rein Gibt es da nicht mal irgendein kleines Verstecktes Easter Egg oder sowas Nicht mal irgendwas Ja, du musst jetzt nachkommen Du musst jetzt nachkommen, Komi Ich sehe irgendwie den leichten Wanderer ganz hinten Oh, aber schau mal, warte mal, bleib mal stehen Wo seid ihr? Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen So, schauen wir gerade in die gleiche Richtung, schauen, gell? Ja, ich jetzt schon, ja? Schau mal mit dem Pfeil Oh mein Gott Das ist meine Leuchttus-Rakete Ich suche nach Hilfe War da gerade ein Meteor? Meteoriten-Einschlag Granate Das war ich, saue ich Feuer weg Komi, komm to the rescue Siehst du unser Leuchtsignal? Leuchtsignal? Warte Ich seh' euch Die Minigun Schießt die Minigun, Schatz Er wird uns sehen Oh doch, ja Rette uns Ich seh' ein bisschen was Komi, hilf Ich bin noch zu weit weg Okay, Leute Hier ist der Schlagklang Ich hab mich ja runter, ohne zu schwerden Okay, die Frage ist Laufen wir zurück Oder joinen wir einfach nochmal neu? Äh, ich bin ehrlich gesagt Ich wage es noch weiter Ja, wenn du neu joinst Ich wage noch weiter Oder kann ich nicht Okay, dann komm ich mit Okay Wir könnten zu den Bergen laufen Aber die bringen uns nichts Nein, eigentlich hab ich das Wieder voll nicht so hart Ja Ja, 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 ja Wo ist der Rand? Okay Okay, 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 okay Was ist los? Ich kann fliegen Red ich mal um, schau mal nach hinten Oh Gott, wir sehen gar nichts Wir gehen Oh, da ist ne Kiste auf der Insel Oh mein Gott, ich hab keinen Boden mehr Wir sind wieder Oleg Batsch Ah, der Tag beginnt Ja Wir sind jetzt wieder ohne, ohne Wasser Laufen wir gerade wirklich um die Karte herum Also hier auf dieser Insel ist, ist, äh, ist ne Kiste Oh, die kann ich nicht aufmachen Achso, weil ich keine Baurechte hab Haha Nein, wir sind, äh, komm wir sind nicht mehr auf der Map Also wir sind nicht mehr in Kansas Wir sind irgendwo jetzt Wenn du, wenn du M drückst, siehst du uns woanders Oh Gott, wo laufen wir denn hin? Keine Ahnung, schaut mal, wie weit das geht Wo seid ihr? Oh Gott, da Ich hab euch verloren Ich weiß es Aber nachdem... Die schaut so tief aus, das Wasser Aber da kann man ja durchlaufen Laufen wir jetzt nicht Nach, 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 nachdem ich jetzt dann gleich... Oh mein Gott, meine Granate fällt ins Leere Passt auf Was? Sie wird mir angezeigt, dass sie runter fliegt Nicht fährt Wie weit können wir da bitte gehen? Was soll das? Nehme ich eigentlich jetzt eh auf? Ja, Gott sei Dank Das wär jetzt orsch Warte, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen Ja Ich komm zu dir Schau mal nach unten Wir sind Götter Wir sind Zeus Ähm, ja, die Map, äh, hört hier auf Na ja, geh mal weiter Geh mal weiter übers Wasser Geh weiter Geh über die Kante Geh über... Geh in das Licht Geh in das Licht, komm hin Ich komm gleich am Rand von den Werben Aber da ist der Ich fühl mich wirklich gar nicht so richtig omnipräsent mit dem Schoen Ja, ja, geh noch weiter Wir sind ziemlich weit Ziemlich weit ist die Untertreibung Das ist ja auch Ich bin irgendwie saftwüstenmäßig Hey, man kann den Boden nicht abschlagen Oh, ich bin wieder im Wasser Ja, ja, das kommt noch Ah, ich bin wieder gefahren Okay, hier hört's an Wir haben's am Ende der Welt geschaut Das Wasser steht mir bis zum Hut Paul Ich lass dich vor Okay, Paul, es war mir eine große Ehre Wollen wir gemeinsam? Yes, wir laufen gemeinsam Seite an Seite Okay, aber nur gehen, okay? Okay, auf drei Eins, zwei, drei Oh, ich bin wieder gefahren 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 Wie weit das geht What the heck Toll, machen wir's nochmal Die Frage aller Fragen Tötet mich das, wenn ich hier außerhalb des Sturmschilds in Lava springe Das teste ich jetzt Müff, passt das Aber ich hab da noch was, was ich dir zeigen muss Warte, ich springe nur kurz in die Lava, dann bin ich gleich beim Sturmschild Wo ist das Mapende? Sehe ich das? Nein, du läufst einfach so lange weiter, bis du stirbst Okay, wer möchte sehen, wie ich in die Lava springe? Wer möchte das sehen? Nein Keiner will sehen, wie ich in die Lava springe Ich will nicht sehen, wie du stirbst, das ist ja dir Das ist ja die Frage, ob ich sterbe, wenn ich da reinschmecke Oh ja, ich würde gerne sehen, wie man immer in die Flamme geht Oh ja, ins den Tod, ins den Tod Ich wollte's wissen, weil es außerhalb des Sturmschilds Oh, ich weiß nicht Ich war neugierig Okay Ich will jetzt trotzdem noch einmal ins Wasser, weil ich möchte gerne da was bauen Im Wasser oder auf dem Wasser? Hinterm Wasser Ja, Moment, voll stimmt Du hast ja eh Baurechte Ja, also unter dem Wasser geht nicht Ne, ne, da kann man auch nirgends bauen, aber du kannst vielleicht hinterm Wasser Und da würde ich dann gerne so eine Wand, so Hallo oder sowas hinschreiben Ja Okay, schauen wir mal, ob ich rauskomme Also einfach, wenn du so die Map freigeschalten hast und dann so Du hast irgendwen mehr drin und dann liest du so Hallo, außerhalb der Map What the Please help Genau, send help P-L-Z-Abstatt Okay, ich bin Ah, ah, ah Olle Hier kann man nix bauen Du musst vom Strand vom, äh, vom hinbauen hierher, weil das ein Halbboden ist Okay, mag mir jemand helfen? Ja, ich komm dir gerne entgegen, aber Ja, ich bin schon da Ja So, Paul Schön machst du das Au Oh, da ploppt, da ploppt die Map auf Mhm Okay, die Karte verschiebt sich nicht mehr Ich hab sie kaputt gemacht Ich hab sie kaputt gemacht Okay Wieso sterb ich? Wie die Bäume aufploppen Ja, das ist egal Wieso sterb ich auf dem Holzweg? Das gibt's ja nicht Bin ich froh, dass ich die Waffen abgelegt habe, damit die nicht kaputt gehen Das würde mich jetzt urgeschnitten Ja, ich nämlich nicht Ich hab sie Gott sei Dank, bevor ich einen Fuß ins Wasser gesetzt hatte, dort hingesetzt Kommt sie Papa Paul Ich komme zu dir Ja? Okay Moment Ich komme zu dir Wir können du es Yeah! Das gibt's doch nichts Die dauern, die stelle Die dauern Ja, dasselbe Ja, dasselbe stelle Wieso sterbe ich? Hui Ich find das so cool, dass man einfach da hin und her gehen kann Mit dem Sturmschild Eigentlich müssten uns doch da Zombies erwarten, oder? So hüllend Wo sind denn die? Die haben uns die ganzen Jahre nur verarscht Die beschwören das! Die beschwören das! Die beschwören das! Meine Frau ist am anderen Ende der Welt Wortwörtlich I'm running late Ah! I'm running late Ah! Ihr baut hier! Ihr baut! Ich komm nicht hin! Ich darf nicht Okay, okay Ja komm mal ans andere Ende der Welt hier Komm her, komm her Ich will wissen, ob du stirbst, wenn du auf den Gamepadler jumpst Komm her Also ein Sprungpad Komm her Kann mir jemand sagen, was ich noch machen muss? Jetzt nach links, genau Perfekt Also das ist jetzt eine 5 Ah ja, das ist eine 5 Nein, es ist eine 5 Springer, geh Nein, es ist eine 3 Mach mal die Wand da halb oben weg Spring auf das Pad Kann jemand mir Holz bringen? Ja wie denn? Lauf einfach daneben Ah ja, Tatsache, es ist wirklich nur der Holzstick, der das kommt durch Ich weiß Ah, that's the thing Okay, warte Willst du mich wiederbeleben? Wo bist du da? Wir sehen dich nicht, na? Nein, schau mal nicht Geh ins Wasser Geh ins Wasser Nein, deine Leiche ist auch gar nicht da Aber unter Wasser Dein Waifu hat da hinten Holz liegen lassen Wie hast du auch Holz? Da steht es Please Herrlich Es ist ein verzweifelter Schrei nach Hilfe Damit man niemand weiß, was hier passiert ist Warte, das ist schon das A, gell? Wo ich gar nicht bin, ja Du bist beim A, ja Jeder muss wissen, dass wir Hilfe brauchen Jeder Hilfe Da hüpft er Kommi Kommi Ich glaube er braucht Hilfe Ich bin bin Kommi Was willst du mir sagen, wenn du anfängst du tanzen? Der junge Mann braucht Hilfe Kommi, verstehst du das nicht? Er braucht Hilfe Wir 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 sind die Auserwählten ihm zu helfen Bist du dabei, Kommi? Kommi Ich glaube der Redner darf hat nochmal mit uns Kommi Ich glaube das zählt das Jahr Okay Kommi Warte Ich muss weiter weg, weil das ist so groß Dann muss ich mich aber wieder ins A rein stellen, warte Warte, jetzt ist der Baum im Weg Kommi mach den Baum hinter dir bitte kaputt Kommi Er hat ja glaube ich noch keine Baurechte Doch Er hat doch Okay warte Gottes Willen Oh jetzt muss man hier bauen Perfekt So jetzt muss ich mir schauen, dass ich das auf ein Frame kriege Oh Gott das ist so riesig Kommi Kann man sie auch nicht essen Please Halb Kannst du einfach zwei Screenshots machen? Der muss halt dann zusammenfüllen Oder warte, ich gehe ein bisschen zurück Dann können wir das besser lesen Oh, ja es wird besser Warte ich muss das hart ausstellen Wie stellt man das noch aus? Äh Aushalter So, da sieht man es Oh, das sieht man perfekt so, schau Oh er zoomt sogar leicht raus mit der Kamera Warte Screenshot Da hast du nämlich direkt auch ein Thumbnail Warte, ja voll Dann mache ich meine Kamera noch schön weg Damit man es noch besser sieht Warte Perfekt Please harm Warte, mache ich noch ein Screenshot So Kamera wieder An Perfekt So, jetzt muss ich wieder mal mein ganzes Hub wieder einschalten Und das war es schon wieder meine Freunde des Internets Ein kleines feines Video von Bugs sage ich jetzt einmal Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns alle im nächsten Part meine Freunde See you See you